Hallo und willkommen zum dritten Video zur kontinuierlichen Verzinsung und zur Zahl e, denn wir haben festgestellt, dass diese wohl eine wichtige Rolle spielt bei der Berechnung. Hier sehen wir noch die Sachen, die wir uns im zweiten Video erarbeitet haben, die grafische Annäherung an die Zahl e und hier diese Grenzwertfunktion, die wir auch besprochen haben. Wir haben ja gesagt, je höher die Zahl ist, die wir hier für n einsetzen, also wir lassen Engling unendlich anwachsen, aber je höher die Zahl ist, die wir hier für n einsetzen, desto näher kommen wir der Zahl e oder desto genauer berechnen wir diese in den Nachkommastellen. Ich habe dir vorgeschlagen, dass du das Ganze mal selbst versuchst und ich habe das jedenfalls hier mal in einer Excel-Übersicht versucht darzustellen. In der ersten Spalte sehen wir Zahlen, die ich für n einsetze, also ich beginne niedrig und steigere mich dann stetig. Konkret verdoppel ich hier die Zahl für n immer und hier sehen wir die entsprechenden Ergebnisse dazu in der zweiten Spalte. Du siehst, ich habe hier immer diese Annäherungsfunktion eingegeben, wie wir sie hier sehen. Und bei n ist gleich 1, ergibt das 2, aber wir sehen, dass das sehr schnell anwächst, sich dann aber irgendwo bei 2,71 einpendelt. Und ganz interessant ist zum Beispiel, bei sehr hohen Zahlen ändert sich nur noch was in der vierten, fünften oder sechsten Nachkommastelle. Also ganz egal, ob ich grob gesagt 16,7 Millionen, 8,3 oder 4,1 Millionen eingebe, es ergibt bis zur fünften Nachkommastelle 2,718281. Sogar die ist noch dieselbe. Und das ist genau das Interessante an der Zahl e. Es ist eine transzendente und irrationale Zahl. Also diese Nachkommastellen gehen hier ewig weiter und wiederholen sich nicht in einem bestimmten Muster. Also es ist kein Muster hier dahinter erkennbar zumindest. Und das Zweite ist, dass man die Zahl e nicht als Division oder als Bruch errechnen kann, genauso man kann sich der nur annähern, so wie wir es hier machen, indem wir n hier erhöhen. Und was auch noch besonders ist an der Zahl e oder interessant ist, dass die Zahl e vor allem in der Natur vorkommt, zum Beispiel beim Wachstum von Bakterienstämmen oder von Waldabschnitten oder beim radioaktiven Zerfall, also bei Halbwertszeiten und auf der anderen Seite dann wieder in der Finanzmathematik, also bei kontinuierlichen Zinsungen vorkommt. Das habe ich persönlich sehr spannend gefunden. Jetzt haben wir uns in den ersten zwei Videos angesehen, naja, wie man sich dieser Zahl e annähern kann. Jetzt wollen wir doch mal versuchen, das Ganze anzuwenden. Vorher aber noch ein paar Vereinfachungen, die wir uns hier erarbeiten, dass wir hier das gut verstehen und dann auch gut anwenden können. Erstens, für den Zinssatz werde ich jetzt immer die Variable R verwenden. Bis jetzt habe ich ja immer einen künstlichen Zinssatz von 100% angenommen und in Zukunft, also für das restliche Video und auch für das letzte Video für die kontinuierlichen Zinsen, werde ich jetzt R verwenden. Das ist der Zinssatz per anno, also jährlich. Und den kann man jetzt einerseits im Prozent ausdrücken, zum Beispiel 25% wäre als Dezimalzahl angeschrieben 0,25. Also das ist hier sozusagen dasselbe Ausdruck. Und zweitens können wir jetzt sozusagen hier ein allgemeines Muster festhalten. Und zwar bei Kreditgeschäften sieht es dann eben so aus, dass wir hier einen Kreditbetrag haben und einen Zinsanteil. Also das ist hier der Betrag, der geliehen wird. Und außerdem kommen noch Zinsen dazu. Und zwar der Ausdruck 1 plus. Und dieser 1 ergibt sich dadurch, dass wir hier vereinfachen und ausklammern plus R. Und das ist eben der Zinssatz für ein Jahr durch die Anzahl der Zinsperioden pro Jahr. Und die gebe ich jetzt eben auch als Variable an, nämlich als Variable N. Und wir wissen, dass wir mit dieser auch noch potenzieren müssen. Das haben wir in den ersten zwei Videos gesehen. Durch Umformung ergibt sich sozusagen dieser Ausdruck, ganz allgemein gesagt. Wenden wir das Ganze an ein Beispiel an und rufen uns unser Wissen nochmal in Erinnerung. In diesem Beispiel möchte ich mir wieder Geld von dir ausleihen. Und zwar sagen wir 50 Euro. Also das Kapital ist 50 Euro. Dann vereinbaren wir noch einen annehmbaren Zinssatz von, ja sagen wir 10% per Ano oder eben 0,1 als Dezimalzahl ausgedrückt. Und wir sagen, naja wir verzinsen jetzt nicht kontinuierlich, lassen wir uns mit dem noch ein bisschen Zeit, sondern zweimal im Jahr verzinsen und verzinseszinsen wir. Wie sieht das der Kreditverlauf aus? Okay, also im ersten Halbjahr oder in den ersten sechs Monaten ist ja dasselbe, würde das Ganze erfolgt aussehen. Ich müsste die zurückzahlen, die 50 Euro, also wenn wir jetzt diesen Wert des Kredites ermitteln, die 50 Euro und Zinsen bezogen auf die 50 Euro. Also mal 0,1, das ist der jährliche Zinssatz. Für das erste halbe Jahr müsste ich hier sozusagen nochmal durch zwei durchdividieren, denn diese 10% beziehen sich ja eben auf ein ganzes Jahr. Wir können das noch ein wenig umformen, diese 50 ausklammern. Das ergibt dann 50 mal 1 plus 0,1 durch 2. Das wird das Ergebnis, wenn wir uns den Wert des Kredites im ersten Halbjahr errechnen. Fassen wir das noch zusammen, dass ich mir hier ein wenig Schreibarbeit spare, und zwar sagen, der gesamte Ausdruck ist hier x und sehen uns das Ganze jetzt an für das zweite Halbjahr. Also wie gesagt, das ist jetzt alles nichts Neues. Ich möchte das Ganze nur nochmal in Erinnerung rufen, dass wir dann gut weitermachen können. Im zweiten Halbjahr entwickelt sich der Kredit entsprechend weiter. Also erstens muss ich dir zurückzahlen, das was hier an Zinsen im ersten Halbjahr angefallen sind, plus eben der Kreditbetrag, der sich hier drinnen versteckt, und Zinsen fürs zweite Halbjahr. Und jetzt fallen auch schon Zinseszinsen an. Das heißt, die Zinsen beziehen sich nicht mehr, also das sind die Zinsen, wieder 10% durch 2, nämlich für ein halbes Jahr. Die beziehen sich jetzt aber nicht mehr eben auf die 50 Euro. Da Zinseszinsen anfallen, beziehen sich die auf x. Und das kann ich noch geschwind umformen, also schnell umformen. Und hier x ausklammern, mal 1 plus 0,1 durch 2. Und wenn ich jetzt hier für x einsetze, für was x tatsächlich steht, nämlich für 50,1 plus 0,1 durch 2. Und den Ausdruck darf ich hier nicht vergessen. Mal 1 plus 0,1 durch 2 ergibt das, wenn ich das hier nochmal kompakter darstelle, so 50 mal 1 plus 0,1 durch 2 zum Quadrat. Und das habe ich hier noch deswegen hier reingequetscht, dass wir hier gut den Vergleich sehen. Das ist nämlich genau diese allgemeine Schreibweise, die wir hier in den ersten zwei Videos gesehen haben, die ich auch hier nochmal in diesem Beispiel einfließen habe lassen. Du erkennst hier sicherlich die Ähnlichkeit. Also fürs Kapital haben wir eben die 50 genommen, wir haben einen entsprechenden Zinssatz gewählt und eine Anzahl an Zinsperioden pro Jahr. Noch nicht kontinuierlich, aber wir haben hier halbjährlich Verzinst und Verzinseszinst. Wie sieht das Ganze jetzt aber für die kontinuierliche Verzinsung aus? Ein paar Umformungen sind hier noch notwendig. Schreiben wir aber grundsätzlich mal an, wie das insgesamt funktioniert. Also 1 mal 1 plus R durch N hoch N. Und bevor ich jetzt hier aber weitermache, wende ich jetzt noch einen kleinen Trick an. Und zwar, ich werde das auch hier schön abtrennen, dass wir hier, dass wir das Ganze, dass wir uns hier nicht verwirren. Und zwar beschäftige ich mich jetzt nur mit diesem Zinsausdruck hier hinten. Und ich möchte jetzt das Ganze für kontinuierliche Zinsen anwenden. Und ich weiß, oder wir haben ja festgestellt in den vorherigen Videos, dass wir dazu diese Grenzwertfunktion benötigen, wo wir N gegen unendlich anwachsen lassen. Und wenn wir das tun, in diesem Ausdruck 1 plus R durch N hoch N, dann nähern wir uns dieser Zahl E. Bevor ich das jetzt aber mache, wende ich hier noch einen kleinen Trick an, sozusagen eine Umformung. Du wirst aber gleich sehen, warum ich das mache. Diesen Ausdruck hier, den werde ich sozusagen umbenennen, wenn man so will. Und zwar werde ich sagen, na gut, für mich bedeutet R durch N genauso viel wie 1 durch X. Also da ich hier mit Variablen arbeite, ist das ja vollkommen zulässig. Was bedeutet das? Immer wenn ich jetzt R durch N stehen habe, werde ich 1 durch X einfügen. Und wenn ich diese Gleichung nach N auflöse, also wenn ich hier N auf der einen Seite stehen haben möchte und das ausrechne, hier muss ich einfach nur kreuz multiplizieren, dann kommt hier auf der rechten Seite heraus X mal R. Hier würde eigentlich stehen 1 mal N oder eben N ist gleich X mal R. Und rufen wir uns nochmal in Erinnerung, für was dieses R hier steht. Dieses R ist nämlich ein konstanter Zinssatz. Also der ändert sich nicht. Und wenn das gleich bleibt und wir sagen, N strebt gegen unendlich, dann wäre es nur logisch zu Schlussfolge an, dass auch X gegen unendlich strebt. Denn wenn das eine Gleichung ist, dann müssen wir beide Seiten gleich behandeln und wenn der Zinssatz R konstant bleibt, dann muss auch X sozusagen gegen unendlich wachsen. Und das Wissen können wir jetzt eben einsetzen oder in dieser Umform berücksichtigen. Das heißt, das was wir uns hier erarbeitet haben, werden wir jetzt hier einfügen. Und zwar werden wir hier jetzt X gegen unendlich anwachsen lassen. Das haben wir hier festgestellt. Und setzen hier entsprechend ein. Und zwar habe ich gesagt, dass R durch N gleich 1 durch X sein soll und N soll gleich X mal R sein. So, das ist ein X. X mal R. Und was wir hier auch nicht vergessen dürfen, hier habe ich nur diesen Zinsanteil berücksichtigt, um umzuformen. Aber ganz grundsätzlich steht hier auch noch ein dickes fettes K davor, das wir hier einmal vernachlässigt haben für die Umformung. Aber das dürfen wir insgesamt hier nicht vergessen. Gut, was wir hier auch noch machen dürfen, ist, dass wir sagen, naja, der Ausdruck ist eigentlich dasselbe wie Limes, X gegen unendlich, also Limes ist diese Grenzwertfunktion, mal 1 plus 1 durch x hoch x hoch R. Und das K darf ich wieder hier nicht vergessen. Das ist eine zulässige Umformung. Wenn du das noch nicht kennst, kannst du dir gerne die dazugehörigen Videos zu Exponentialfunktionen ansehen. Aber was ich hier zeigen möchte, das wird jetzt ersichtlich und du solltest jetzt auch schon sozusagen hier einen Teil dieses Ausdrucks wiedererkennen, nämlich den Teil hier. Den haben wir uns ja schon einmal erarbeitet, nämlich in den ersten zwei Videos. Da ist nämlich gestanden statt xn, aber das ist ja nur eine Variable, aber das ist genau das e, das wir uns hier erarbeitet haben. Wo haben wir das genau hier? Ja, das haben wir uns schon erarbeitet, das ist genau der Teil hier. Der Teil. Den sehen wir hier unten wieder, das ist das e. Jetzt müssten wir nur noch anschreiben, dass sich das auf das Kapital hier bezieht und entsprechend den Zinssatz hier noch als Potenz nehmen oder mit dem Zinssatz zur Potenz nehmen. Und das wäre eine entsprechende Schreibweise, um hier kontinuierliche Zinsen zu berechnen. Und wenn ich das in die Angaben von vorher einfließen lasse oder die Angaben von vorher hier einfließen lasse, um genau zu sein, also diese 50 Euro und jetzt kontinuierlich vor Zinsen, also nicht halbjährlich, dann muss ich das mit e rechnen. Und wir dürfen uns hier nicht verwirren lassen. e ist eine Zahl, also 2,71 irgendetwas. Und die muss ich hier noch mit dem Zinssatz, also 10% zur Potenz nehmen, also 0,1, diese 10% als Dezimalzahl ausgedrückt. Das werde ich hier nicht ausrechnen, das hebe ich mir für das nächste Video auf, wo wir uns dann auch noch weitere Beispiele ansehen und das Thema der kontinuierlichen Verzinsung dann abschließen werden können. Also bis dann!